Hier sieht man den Horizont einzelner Verkehrsteilnehmer, ob Roller, Motorradfahrer, Radfahrer oder Autohalter. Gute Nacht, Ignoranz, guten Morgen, Mensch. Halt! Ach, ich war ja nicht beim Abitur, deswegen weiß ich das nicht und bin nur stur. Nein, sie sind maximal horizontalarm. Film bei galakom.tv und wenn es dann crasht, ach Entschuldigung, und bin ich Koma-Fall, ach Entschuldigung, galakom.tv, mal anders das Gehirn aktivieren. Hier sehen Sie auch noch 581 IBP und die Uhrzeit ist gegen 20 Uhr am 19.10. wann? 20. Dann weiß man nämlich, wer ihn zuletzt hatte. Guten Tag, der soll mal blechen und das in die Medien, damit weniger Unfälle passieren. Guten Tag, entschuldigen Sie, dass ich weiterdenke. Aber nicht von Weiland bin, denn weil bekannterweise mit Weiland oft einer weiter denkt. Film bei No Limits, More Human Rights, sicher mit den richtigen Sponsoren. Mehr Mensch, Entschuldigung, ach Mehr Mensch, brauchen wir das? Na klar, Corona und Co. Bis bald. Oho.